Guten Abend, Rostock. Geht's euch gut? Ja, was soll ich sagen? Ihr musstet lange warten, wir mussten lange warten wegen dieser tollen Pandemie, aber ja, jetzt kommen wir es endlich mal durchziehen. Wir sind jetzt seit Donnerstag sind wir hier unterwegs. Das ist heute unsere letzte Show in 2022. Wir sind froh, dass trotz Unwetterwarnung und Fußball und so trotzdem Leute gekommen sind. Also vielen Dank, dass ihr da seid. Dankeschön. Also wir waren, okay, es war später. Vielen Dank.